Hallo zusammen und herzlich willkommen bei mir zu Hause. Ich bin die Dani und heute gibt es ein Unboxing der Glossy Box. Wenn ihr wissen wollt, was ich erhalten habe in dieser wunderschönen Glossy Box, dann bleibt doch einfach dran. Als ich das Paket ausgepackt habe, da war ich sowas von überrascht von dieser Verpackung. Die ist wunderschön. Allein schon die Verpackung hat mich begeistert. Ich habe ja noch gar nicht reingeguckt, aber die Verpackung hat mich einfach umgehauen. Und zwar ist das Thema Midnight Fantasy The Beauty Tales. Also Mitternachtsfantasien, die Beauty-Märchen oder irgendwie so. Das wäre die deutsche Übersetzung, aber die Box wird auf jeden Fall öffentlich zur Schau gestellt. Also hier irgendwo. Die ist so schön als Deko geeignet. Und jetzt öffne ich diese Box und auch innen ist sie wunderschön verpackt. Hier ist das Glossy Magazin, wo die Produkte alle drin stehen. Die sind jetzt hingegangen und haben die Schleife in blau gehalten, genau wie den Karton. Und drumherum das goldene Seidenpapier. Ein wunderschöner Inhalt lachten mich an. Fangen wir einfach mit dem ersten Produkt, was mir sofort ins Auge gestochen ist gerade. Und zwar handelt es sich um die Catrice Palette, um die neue Catrice Palette in der Nude-Version. Die Catrice Paletten finde ich sehr, sehr schön. Von der Pinguementierung her und vom Auftrag her sind sie einfach aufzutragen, sehr schön zu verblenden. Also ich finde die ganz toll, die Paletten. The Cole Nude Collection Eyeshadow Palette. Ja, was hat das mit Märchen zu tun? Kein Märchen, sondern ein wahrgewordener Eyeshadow Traum. Oh, okay. Diese Paletten sind vegan und frei von Mikroplastik. Und haben abgestimmte Nuancen, hochpigmentiert, langanhaltend. Lassen sich leicht verblenden und setzen matte oder schimmernde Akzente. Ja, integrierte Base und ein Highlighter sind dabei. Ich werde das jetzt mal swatchen hier für euch und für mich natürlich. So, gehen wir einmal in dieses Orange. Das ist ein matter Ton. Und Bäm. Oh, das ist aber echt eine hier. Das ist eine satte Farbe. Dann gehen wir mal in den Schü-Schü-Schü. Nehmen wir einfach mal hier den, den hier. Stehen da Farbnamen drüber? Ne, stehen keine Farbnamen hinten, auch nicht. Egal, auf jeden Fall sehe ich jetzt schon, dass die Pigmentierung ganz, ganz toll ist. Was nehmen wir jetzt noch? Welcher Finger ist frei? Nehmen wir hier das dunkelbraune. Ist das dunkelbraun? Ja. Auch matte. Oh, guck mal. Oh, mein Gott. Ja. Also die Pigmentierung ist bombe. Krömen leicht. Ja, also die sind schon ein bisschen pudrig. Man kann sehen, wie das Ganze auf dem Auge wirkt. Aber dieses Orange und dann in Kombination mit dem Braun und dazu noch einen Schimmerton. Und ach ja, den Highlighter haben wir auch noch hier oben. Mal gucken, wie der Highlighter ist. Ja gut, wie man ja nicht so viel sehen kann. Ja, der ist ganz leicht schimmerig, aber geht mehr so ins... Ja, da ist ein Schimmer dabei. Ein seidiger Schimmer eher. aber auch sehr pudrig der Preis für diese Palette wäre 4,99 Euro oh mein Gott ist das oh ja das ist ja schön und zwar ist dieser Pinsel mit dabei von Luxie Beauty in einer wunderschönen märchenhaften lila oder violetten Farbe genau und das ist wohl ein und zwar ist das ein Small Duo Fiber Brush Dreamcatcher trage mit diesem Duo Faserpinsel Creme, flüssige Foundation Rouge oder Bronze auf seine sanften synthetischen Borsten sorgen für ein natürlich weiches Finish nicht nur das hübsche Design im verträumten Blaugold ist ein echter Hingucker auch sein ergonomisch geformter Griff das ist ein Originalprodukt und kostet 16,75 Euro und ist tatsächlich sehr sehr weich also wenn ich so über meine Haut streiche wirklich wunderbar weich und da fallen auch keine Härchen raus da freue ich mich wirklich sehr drüber oh mein Gott das ist ja wirklich eine tolle Box und interessante Farbe und zwar habe ich hier einen Essie Nagellack ich bin ja oh scheiß alles gut ich bin ein Essie Nagellack Fan ich mag die Essie Nagellacke sehr sehr aber diese Farbe ist sehr interessant und zwar ist das Can-Ju Attitude das ist ich kann das nicht definieren das ist so ein grün eine grün eine Pastelle ist das auch nicht das ist ein ich weiß nicht also das ist ein grün ein mint genau eher mint ein heller mintgrün oder ein ich weiß es nicht was ist das mit was ist diese Farbe zu vergleichen minzbonbongrün es ist aber auch nicht so pastellig es ist auf jeden Fall ein dreckiges Weiß ein dreckiges Weiß mit einer mit einer grünen Note so das ist natürlich ein Originalprodukt und es kostet 7,95 Euro dann haben wir hier einen einen flüssigen Lippenstift nee ein Lippenöl und zwar von Steve Laurent das sagt mir jetzt so gar nichts es ist auf jeden Fall ein Originalprodukt kostet 16,75 Euro Lust auf einen feenhaften Liplook hier kommt das perfekte Produkt dafür seine zauberhafte Wirkung entfaltet dieses klare Lippenöl sobald er deine Lippen berührt es verleiht dem Kussmund einen zarten Farbaccent beugt Sonnenschäden vor das ist die Farbe Orchid steht hier oh das sieht wirklich wunderschön aus es ist es ist einfach ein wunderschönes Öl mit in einem rosa Ton und ja das finde ich sehr interessant es ähnelt wahrscheinlich einem Lipgloss vielleicht aber es ist an den Lippenöl keine Ahnung aber ich freue mich auf jeden Fall dass es dabei ist weil es wirklich sehr sehr schön aussieht und ich werde es gerne mal austesten oh das ist sehr schön guckt euch das mal an das ist ein Blush oh Botanic Beauty nennt sich das Botanic Beauty sagt mir jetzt auch nichts ist ein Originalprodukt und kostet 10,50 Euro da sind 4 Gramm drin das ist ein Blush und der ist speziell für Glossybox entwickelt worden samtig weich legt sich das Puder auf deine Haut und kann dank Rosenextrakt sogar entzündungshemmend wirken genau das sieht doch wirklich schön aus Fantasy Blossom nennt es sich und das ist eingepackt oh das sieht doch schön und zwar kommt es in einem oh sehr schön das ist wirklich sehr sehr schön dieser Aufdruck ist eine Rosenform da kommt mir auch ein Rosenduft entgegen das ist wirklich ein schöner Blush das sind 5 Produkte 1, 2, 3, 4, 5 das waren wahrscheinlich die 5 Originalprodukte dazu hatte ich noch eine Duftprobe von 4711 drin aqua colonia kölnisch Wasser aber mit Saffan und Iris da werde ich doch gleich mal dran schnuppern ach so das ist ein Sprühflakon ja man riecht da kölnisch Wasser heraus ja wenn man den Duft kennt aber da ist halt mehr so eine eine blumige Note mit drin reingemischt worden ja es ist ein sehr schöner frischer natürlicher blumiger Duft war noch eine Probe drin was ist das denn von Essie Essie Spa ach eine Handlotion die kann ich dann mal ausprobieren eine intensive Handlotion also ich bin mit dieser Glossy Box wirklich sehr zufrieden da war wirklich da war eigentlich nur dekorative Kosmetik dabei fällt mir gerade auf Lidschattenpalette Lippenprodukt Pinsel Nagelprodukt und dann noch ein Blush dazu mega und die Verpackung ist ja mal der Hammer den Gesamtpreis oder den Gesamtwert dieser Box werde ich euch irgendwo hier ja einblenden und ich hoffe dieses Video hat euch gefallen wenn ja dann lasst mir doch ein Däumchen nach oben abonniert diesen Kanal wenn ihr Lust dazu habt und ich hoffe wir sehen uns beim nächsten Mal bis dann tschüss